jetzt sind wir dann quasi durch mit unserer tour jetzt wissen fast also fast durch wir es fehlt nur noch ein letzter termin daheim in der heimat daheim bei uns in der langen am 29 12 sind wir nämlich einfach daheim am 29 12 im eberg da wo jbo wirklich entstanden ist ist halt wirklich kein kein scheiß von der einzigen verbliebenen echten originalen erlanger braucherei steinbach ein storchenbier aus dem zweiten krug halt will ich heute früh abgefüllt es ist wirklich das ist romantik pur das ist romantik oder schon mal schon mal schon mal wie das dampf und den finger weg vom alkohol ja genau trinkt nicht so viele kinder geil wieder haben halt was willst du sagen wir spielen am 11 11 in torgau im kulturhaus jbo spielt am 17 11 in augsburg im spektrum am 18 11 in potsdam im lindenpark am 19 11 spielen wir auf dem metalhammer paradise festival am weißen hauser strand da spielen wir nicht zum ersten mal das wird wieder geil kommt dahin und zwanzigster elfter lindau klub wo du willst wir spielen am 26 11 in glauchau in der spinnig oder was in der spielerei und wir spielen am zweiten zwölften in memmingen im kaminwerk dritter zwölfter erfurt gewerkschaftshaus am 8 zwölften in solothurn im kofmehl am 9 zwölften spielt jbo in schaffhausen im kammgarn am 16 zwölften spiel jbo in coesfeld in der fabrik 17 der zwölfte an danach im jutz und am 29 zwölften in erlangen im ewerk in der heimat